Willkommen zurück zu Eternal Sonata, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier mit mir, der Friarchief. Und wir waren gerade dabei, ein paar Fuß-Vormäuse zu smashen. Also machen wir weiter und smashen, die auch klappt. Ich sage, es sind alle tot mit Fun Slash. BAM! Stirb, stirb, stirb. Aha! Zack, nächste Stufe. Alright! Ich frage mich sowieso warum Elagredo, Nahkämpfer, mehr Magie hat als Abwehr und der Impon. Nee, fehlt da nicht irgendwas? Also wie gesagt, ich... ähm, wie gesagt, ja, habe ich noch nicht vorher gesagt, aber wie gesagt, okay. Verflückst es zu, mal sehen, dass ich hier irgendwo Entscheide geben muss. Wow. Schweres Rieskel ist schwer. Okay, in diesem Sektiv werde ich ja nicht alle zeigen, weil ich habe selber eigentlich alles. Aber ein bestimmtes Dungeon werde ich zeigen. Nämlich das letzte Optionale, oder das einzige Optionale. Nämlich, ich weiß gar nicht, wie es ist. Oder die Eltern oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden dazu kommen, wenn das so weit ist. Weil das hat es echt in sich! Oh mein Gott, warum lebe ich die Phosphor-Maus noch? Ach, falsch. Uaah! Tent away! So. Gut, ich hab mein Echo-Spril nix aufgebraucht, aber das muss einfach sein. Und true! Oh! Flüssig-Plätzchen. Ja, ist noch nicht so die Welt drinne. Ja, doch. Ich bin, ich bin echt verwirrt, das verwirrt mich immer so wieder so. Oh, hier ist noch Gegner. Nein. Wir sind für den Bagger. Jaaaaah! Bad Bagger! Im Vergleich davor mit Volker, da lief ja ganz langsam. Das Ziel ist einfach nur. Wow. Den wollte ich eigentlich nicht ergreifen, aber. Egal. Ich hab' einen gegen den Bagger. Ich hab' einen gegen den Bagger. Einen hab' ich auch gewehrt. So. Erstmal Speed in Ruhe. Junge, sonst fust du's mit. Oh, Scraddle! Tu! Und der schieß einfach durch durch. ... oder einfach mal so, seitlich. Komm schon. Der überlögt keinen Abtreffer, sag ich doch. Mensch. Ja, hat irgendwie noch mehr gesagt als... ... als zuhörenbar genau. Wie nein. Ich muss ja speichern jetzt, weil... ... ich glaube... ... so, ich will das ganz oben haben. Sonst verspreche ich noch meine andere Datei. Das wäre nicht gut. Weil hier... Ja, wird sich jetzt ganz lustig. Oh, wie sie verkackelt nicht. Weil... ... ein Gegner. Sie sind nach dem Brot. Wir haben Leute, die auf das warten. Und wir haben nicht genug, um es zu dir zu geben. Das wird anders. Das ist ja dann der Brotnager. Jetzt will ich mich noch konzentrieren. Das... den... ... armen. Ach, kommt schon. Ach ja. Ihr Ende ist nahe. Ihr Ende ist nahe. Ich weiß nicht auch, warum das nicht geht. Weil ein... Weil ein Charakter muss erstmal alle beide ausführen. Und wenn er keine beide hat... Boah, da wäre Gegenangriff gewesen. Scheiße, dann habe ich verperzt. Ich sollte mich jetzt mal um die kleinen Pisa kümmern. Tritt auch. Tritt auch. Weil... ... tut so, ziemlich auer. Man sieht auch. Töne. 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 Ja, der sieht doch nicht wirklich schwach aus. Aha, diesmal abwarten. So, nehmt noch die Aufnahme. Fotos, ne Gegner, blieb ganz viel. Doch. Was? Kostet an HP? Döp, endlich! Der ist immer nur nicht schwach. Oh oh. Au. Reden, shoulder! Ich hab Acer jetzt ein bisschen gemacht. Uah. Die schaffst du trotzdem nicht. Ha. Und... Nein. Und nein. Nein. Soll er ruhig kommen. Dann kannst du mich mit Sun Slash mehr in den Kopf auf... Oh, blablab. Drauf knüppeln als mit... Fenty World! Ah, bitte geht doch. Dock nicht so viel. Ah, es ist blazes Sohn, der Sun! Sun Slash! Ja. Und der ohne nicht irgendwie schwach oder so. Und der ohne nicht irgendwie schwach oder so. Es ist ja praktisch egal, ob wir draufhunden oder nicht. Hä, hä hä. So! Stopp endlich! Ah! Sun Slash! Oh! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Schaut noch mehr, äh! Na, ich glaubte ich nicht vorun, das sollte sich mal alle Gruppen wieder heilen! Nein! Ja, jetzt dritte ich umschlag, also machen wir doch noch... BAM! Ja, jetzt wird er schwach! Haha! Ja, ich blocke ihn jeweils gegen den Griff! Äh... Egal! Kann man sich selbst halten? Ich hab fast keine Versorgung Platz mehr! Nein! Meine Güte! Ach ja, Monsieur kann sich auch mal ganz locker leichten! Das hab ich ganz vergessen! Das hab ich vorher noch nie gemacht! Oh Gott! Das könnte ein bisschen länger dauern, als ich geplant habe! Das wirft doch endlich! Oh Gott, verdammt! Blazing for the sun! Stirr! Nicht restaurativ! Au! Okay Leute, das geht ein bisschen länger dauern, als zu planen! Ja, jetzt kannst du bieten! Stirb doch endlich! Was will sonst gleich abzutut! Jaaaa! Meine Güte! Ah, vielleicht hab ich so lange gedauert, weil ich vorher immer gelevelt hab! Bisschen! Jaaaa! Aber das mit restaurativ, das kann ich auch noch nicht! Heftig! Ja, Meisterfeuerschluss! Jetzt hat er eine neue Technik erlernt! Das ist nämlich dasselbe wie... Schnellschütze, aber im Hellen! Deswegen... Sehr nice! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Und was ich... Wollt's mal zu machen! Ich hab sie auf einmal... Hey, Redo! Warum ist das Brat so sehr viel? Wenn es etwas mehr ist, wir werden es nicht mehr zu kaufen! Wir haben es zu verleiten! Also, du weißt, Beat, es ist eigentlich nicht die Baker-Lady's fault. Huh? Was bedeutet das? Die Grund, warum das Brot so expensive ist, ist die hohe Taxen. Es ist nicht nur Brot, auch. In Retardando, nur ungefähr alles, was du brauchst für die Welt, hat hohe Taxen. Das ist, warum gibt es viele Kinder da draußen, die nicht ein guter Essen zu essen, diese Tage zu essen. Und das ist, warum sie uns brauchen, um sie zu helfen, richtig? Ja, das nur was nicht Taxen ist, ist Mineral Powder. Oh, ich verstehe. Also, das ist, warum jeder kann es, weil es so günstig ist. Ich glaube, der Count de Forte ist nicht wirklich so schlecht, nach allem. Ich meine, zumindest er hat die Taxen auf Medizin, günstig. Ich hoffe, man hört nicht das Telefon. Schön, es hat aufgehört. Komm schon, lass uns aufhören und das Rest ausbrechen. Dann ist es Zeit, uns essen zu können. Polka, dear, was ist falsch? Du hast in deinem Raum all day sitzen. Oh, was ich mit dir tun? Ich glaube, was passiert ist, dass sie noch nicht verletzt. Schade, ich sollte sie einfach nicht verletzen, von gehen zu Retardando. So, whenever she goes there, she ends up getting hurt. Polka, help me pick some flowers later, okay? Hey, Redo, did you notice that magician girl from yesterday wasn't around today? Yeah, you're right. Hmm, I guess I should have taken a picture of her. Are you still messing around with that stuff? You need to look at things with your own two eyes. You'd see things a whole lot clearer if you didn't look at them through bent glass. That's not what photography is about at all, Redo. And another thing, it isn't called bent glass, it's called a lens. Still, you have to feel sorry for that girl. I guess she won't be around for much longer. What? She won't? What are you talking about? Don't you know anything? That girl was able to use magic. And that means she must be sick with some kind of incurable illness. That's how it works. Basically, magic is a side effect of her disease. And it's always fatal? That's right. Yeah. Only people who are gonna die soon are able to use magic like that. Oh. I didn't know that. Well, I guess being able to use magic isn't that great after all. No, it's not. You can't use magic powers unless you're really sick. This world's pretty messed up. I get it. That's why no one in town wanted to get near her yesterday. They didn't want to catch your illness too. Yeah, that's right. But the disease isn't actually contagious. That's... So. Wie es in der letzten Sequenz weitergeht, das sehen wir dann doch beim nächsten Mal. Mit mir, der Frutcheef. Bis dann, Leute.